Sie sind in der Zwischenzeit direkt mit Kürzen, oder? Weil Sie freuen, mein Sohn bleiben, oder? Ja, nein, das heißt ein Schild. Nein, auch nicht gerne Fotos machen. Ich freue mich auf die, die auf das Feld sitzt und man fortgeschritten ist, aber die Kärferen und auch ein Schild. Also kurz die Länge, ist es für Eure Öffentlichkeit so? Ja, natürlich. Meine Tochter hätte sich auch gewünscht, hier zu sein. Oh, ja, sicher. Das wird ja hoffentlich eine Weile stehen, dann kann sie es sich anschauen, wenn es fertig ist. Na, ich glaube nicht. Sie glauben nicht, dass es lang steht? Doch, lange stehen wird, aber sie wird erst nach vier Wochen kommen und schauen. Ah ja, gut, dann ist es aber sicher fertig. Ja, weil unser letzter Tag heute hier. Ach so, schön. Na, dann viel Spaß im Urlaub. Danke. Okay. Dankeschön. Danke. 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 Ich bin der Ruhige, ich bin der Ruhige, ich bin der Ruhige und ich bin der Ruhige. Daumen hoch! Daumen hoch! Daumen hoch! Ich muss mal checken, dass du hier bisschen zeitnah, wenn es geht, bis Laub und so hinmalst, die Blätter, dass ich hier drüber ballern kann. Sonst kommen wir nachher. Ich hätte jetzt so... Ja, kannst ja mal schauen, was sich anbietet. Ich würde mischen. Gehst du ins Auto? Ja, ja. Du bringst den Lehrgutraut mit. Lehrgut für das Café. Lehrgut. Ja, okay. Es lässt sich vor allem tatsächlich um die Stellen zu drucken. Hier ist es genau hier nicht so dunkel, weil da drauf, dann würde ich gerne den Düsseldienverkehr in den Gewinn machen, da dann eher die Helle dahinter ist.